29. August 2006, 10.20 Uhr Der Abzweig nach Eisfelder Talmühle und damit die Anbindung in die Harz-Querbahn auf der rechten Seite. Über die ausgelegte Harz-Hochfläche geht es nun wieder heran ins enge Tal der Selke. Wilberhütte war einst ein Industriestandort mit umfangreichem Güterverkehr. Doch der wurde bereits 1991 noch zu Zeiten der DDR eingestellt. Untertitelung des ZDF, 2020